Herzlich willkommen beim heutigen Meditationstreff. Wir werden uns heute das Unterbewusstsein anschauen. Und zwar werden wir mit dem göttlichen Bewusstsein, mit einem höheren Bewusstsein ins Unterbewusstsein hineinreisen und werden schauen, was da vielleicht für Muster, was da für Zusammenhänge einfach drinnen stecken, die deinen Alltag beeinträchtigen oder wo du vielleicht auch vom Unterbewusstsein gelenkt wirst, ohne dass du es willst. Das kann sich zum Beispiel in einer plötzlich aufbrauchenden Unsicherheit manifestieren oder wenn du das Gefühl hast, du fühlst dich auf einmal klein oder unterlegen oder hoffnungslos oder schwach oder es steigen Gefühle auf, die du dir jetzt nicht so ganz herholen oder erklären kannst, dann sind das oft so Prägungen aus dem Unterbewusstsein. Und auf dieser Ebene wollen wir heute arbeiten. Gut, dann schließ bitte einfach mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus und mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. und erlaube dir jetzt gleich mal, dich in goldenes Licht zu hüllen. Das ist wie ein Schutzmantel, wie ein Schutzwall und dieses goldene Licht hüllt dich jetzt von Kopf bis Fuß ein und dieses Licht ist durchdrungen von göttlicher Führung und diese Führung unterstützt dich und wird dir dabei helfen, dass du in dein Unterbewusstsein eintauchen kannst. Mit Hilfe meiner göttlichen Führung bringe ich Licht in mein Unterbewusstsein. Aber zuerst reinigt dich dieses Licht noch. Eine tiefe, tiefe Reinigung findet statt. Vor allem auch von deinem Bewusstsein, von deiner Kreativität. Und du atmest mal tief ein und wieder aus und du spürst, wie du in dir offener und klarer wirst. Und diese Offenheit und Klarheit erlaub dir nun, dass du dein Bewusstsein in diesem goldenen Licht bündelst und tief in deine Mitte eintauchst. Deine Erwachsenenkompetenz, dein göttliches Bewusstsein sinkt jetzt tiefer und tiefer in deinen Nabelraum, in deinen Bauchraum hinein, in dein Unterbewusstsein. Und nachdem das ein goldenes, strahlendes Licht ist, nimmt dieses Licht natürlich auch die Helligkeit mit. Das heißt, wenn du jetzt in dein Unterbewusstsein eintauchst, dann bist du umgeben von diesem Strahlen und ungefähr so wie ein Autoscheinwerf oder eine Taschenlampe dir genau das zeigt, was du sehen sollst, so zeigt dir auch dieses goldene Licht, dieses Strahlen jetzt Aspekte in deinem Unterbewusstsein, sodass du dich gut orientieren kannst. Und dieses Licht ist heute gekommen und hat dich heute mit auf die Reise genommen, damit eine tiefe Heilung in deinem Unterbewusstsein stattfinden kann. Und es beginnt erst mal auf deiner unbewussten weiblichen Seite, deiner emotionalen Seite. Und da darf erst einmal so ganz viel Überforderung, Müdigkeit, Anstrengung und Stress sich lösen. Und erlaube dir jetzt auch mal dir zuzugestehen, denn das sind Verletzungen in deinem Fühlen, dir zuzugestehen, wie möchtest du denn fühlen? Jetzt jenseits der Prägungen, wie möchtest du fühlen? Möchtest du klarer sein, neutraler sein, liebevoller sein, offener sein, erfüllter sein, zufriedener sein? Egal, was du dir da jetzt vorstellst und was du dir wünschst und was du dich sehnst, was fehlt denn in deinem Gefühlsleben? Vielleicht Sicherheit, vielleicht Stabilität, vielleicht Zuverlässigkeit. Aber egal, was es ist, deine weibliche Seite des Unterbewusstseins wird jetzt von diesem goldenen Licht bearbeitet. Und wenn Sätze auftauchen, während dieses goldene Licht jetzt arbeitet und du ganz bewusst so in deinem Bauchraum, Nabelbereich bist, und während dieses Licht jetzt arbeitet, spürst du schon vielleicht auch Sätze oder Glaubenssätze in dir aufsteigen. Und erlaube dir mal, diese Sätze für dich zu formulieren. Und wenn du keine Sätze empfangen kannst, dann ist das auch okay. Dann lass einfach das goldene Licht zu deinem Bauchraum immer weiter und weiter füllen, dass der heller und heller wird. Aber wenn du Sätze wahrnehmen kannst, dann erlaube dir, diese zu transformieren. Und transformieren tut es einfach dieses goldene Licht. Und wenn du das Gefühl hast, dass du vielleicht noch andere Frequenzen brauchst, um diese Verletztheit zu transformieren, dann steht dir alles zur Verfügung. violettes Licht, oranges Licht, grünes Licht, blaues Licht, was auch immer. Es stehen dir alle Frequenzen zur Verfügung. Und erlaube dir nun wirklich ganz in diese Tiefe einzutauchen und die Heilung zuzulassen. Ich gestatte Heilung auf der Ebene meines Unterbewusstseins, Heilung auf der weiblichen Ebene meines Unterbewusstseins. Und in diesem Augenblick lösen sich diese Verspannungen und Konzepte aus deinem Nabelschakra. Und du spürst, dass das goldene Licht sich weiter ausbreiten kann. und alter Stress wird einfach jetzt transformiert. Und dieses Licht scheint jetzt weiter auf die männliche Seite, auf die rechte Seite deines Unterbewusstseins, deine männlichen Anlagen sozusagen. und auch dort darf dieses Licht jetzt alles, was da vielleicht in Disharmonie ist, was deine Kraft einschränkt, was dich vielleicht bekommen macht oder was in dir weh ist. All das darf jetzt in diesem Licht sich zeigen. Und du beobachtest einfach mal. und erlaubst dir auch auf diesem Bereich, dieses goldene Licht, diese Heilung einfließen zu lassen, alles, was dich beeinträchtigt. Auf der Ebene deines Unterbewusstseins, auf der männlichen Seite deines Unterbewusstseins darf nun transformiert werden und alle Heilfrequenzen, die du benötigst, fließen ein. Falls du eben Sätze oder Situationen, falls da was aufsteigt in dir, ist das völlig okay und lass das einfach jetzt von der Heilenergie, von dieser Bewusstseinsenergie transformieren und lösen. und du atmest mal tief ein und wieder aus und spürst, dass sich auch deine männliche Seite des Unterbewusstseins harmonisiert, ausgleicht und dass die männliche und weibliche Seite sich in deinem Unterbewusstsein ausgleichen und in diesem Ausgleich, in dieser Heilung öffnet sich jetzt das dritte Prinzip von deinem Unterbewusstsein und zwar dein inneres Kind und du spürst Leichtigkeit, Zufriedenheit und Freude in dir aufsteigen und dein inneres Kind bedankt sich mal bei dem göttlichen Bewusstsein, das schaut für dein inneres Kind vielleicht aus wie ein riesigen goldener Engel, so dein höheres Selbst, ein goldener Führer, eine goldene Energie und in diesem Licht, in dieser goldenen Energie spürst du jetzt, wie du in dir wächst und größer wirst und in diesem Wachstum spürst du aber auch im Solarplexus also in der Magenhöhe auch nochmal Beeinträchtigungen oder Programme, die du vielleicht übernommen hast. Und du erlaubst dir jetzt diese Energien zu transformieren und das goldene Licht dein Bewusstsein steigt auf, denn dein Unterbewusstsein strahlt ja auch schon und das goldene Licht strahlt jetzt auch in deinen Solarplexus hinein. Und vielleicht kannst du auch im Solarplexus nochmal Sätze wahrnehmen oder oder irgendwelche Energien wahrnehmen, wo du das Gefühl hast, okay, die gehören da jetzt gelöst, die widersprechen jetzt so meinem besseren Wissen oder Gewissen. und und diesem Augenblick in einem wundervollen goldenen Licht öffnet sich auch dein Solarplexus und im Öffnen von deinem Solarplexus werden wirklich alte Gefühle, alte Verbindungen ausgereinigt, nach vorne, nach hinten und du spürst Freiraum, Freiheit und Flexibilität und dieser Freiraum, diese Freiheit, diese Flexibilität, die darf sich jetzt in deinem Dasein manifestieren und du spürst jetzt, dass dein göttliches Bewusstsein sich ausdehnt über deinen Leib hinaus und dass ganz viel Licht, Klarheit und Würde rund um dich herum entstehen du atmest mal tief ein und wieder aus und du spürst, dass du zu 100% in deine emotionale Freiheit sinkst in dein Erwachsenen Bewusstsein in deine Klarheit und diese Klarheit und dieses Erwachsenen Bewusstsein erlaubt dir jetzt dein Leben auf eine kreative freie Art und Weise zu gestalten und du atmest tief ein und wieder aus und du spürst, dass dein göttliches Bewusstsein jetzt in dir aufsteigt vielleicht Druck von deinen Schultern nimmt in deinem Kopf Klarheit und Vision erzeugt und in diesem Augenblick bist du ganz angebunden an die Quelle deine göttliche Quelle und du spürst, dass du in einem neuen Erwachsenen Bewusstsein zurück auf diese Erde kommst, dass Kleingeistigkeit feststeckende Energie in keinem Platz mehr hat und dass du zu 100% in deiner Energie in dein Alltags Bewusstsein zurückkommen kannst und du bedankst dich bei deinen göttlichen Höheren selbst, bei deinen geistigen Helfern und Führern du spürst, dass du dein Unterbewusstsein gestärkt und geheilt hast und auch dein emotionales Zentrum gestärkt und heiles und du breitest dich aus in deiner Kraft in deiner Würde im Hier und Jetzt in der Gegenwart die Vergangenheit liegt hinter dir und du streckst dich durch atmest nochmal tief ein und wieder aus und öffnest dann deine Augen während du dich bewegst und kommst in deinem Tempo ins Hier und Jetzt in diese Zeit in diesen Raum zurück und du fühlst dich klar entspannt und erfüllt und nimm mal dieses göttliche goldene Strahlen in dir noch wahr ganz bewusst und wenn du das Gefühl hast dass du diese Reise öfter machen willst dann mach es halt einfach und ja ich bin gespannt was du zu berichten hast komm jetzt ganz zurück und ja fühl noch mal nach wie ist es dir gegangen was hat sich getan bei dieser Reise war eine schöne intensive Reinigung ich bin gespannt auf deine Kommentare lass mir gerne einen Daumen hoch da abonniere den Kanal wenn du es noch nicht abonniert hast und ja ich hoffe wir sehen uns demnächst wieder aus dem wunderschönen Lenz dein Oliver Erini tschüss bis nächstes mal Bis zum nächsten